Ganz richtig ist was für eine größe Mountainbike brauche ich. Es gibt ganz viele verschiedene Größe, die gehen von XS bis XXL. Was brauche ich, ist ganz richtig. Ob ihr Medium oder L braucht, das kommt von der Körpergröße, der Stichfrequenz und der Beinlänge. Wenn wir haben die Sattel zu niedereingestellt auf den Fahrstil, dann kommt der Knie viel zu hoch, wenn man dreht. Das heißt, man verschwendet viel Kraft und Energie. Wenn der Sattel zu hoch ist, dann kann man nicht genug Druck draufbringen auf die Pedale, wenn man hoch fährt. Das heißt, man verliert ganz viel Kraft und Energie. Der Sattel ist ganz, ganz richtig, wie hoch der Sattel eingestellt ist auf das Bike und der Rahmen natürlich auch ganz richtig, wie groß der Rahmen sein soll. Du kannst bei jedem Intersport in der Nähe hingehen. Die kann das ausmessen, was für ein Bike-Rahmengröße ich brauche. Die kann genau beraten, was für eine richtige Größe oder Modell ist.